Ja, liebe Gäste, herrliche Aussprache. Wir sind jetzt hier einwundendig. Ja, da denke ich auch. Ich sag mal, da soll ich mich nie an denken. Hier brust die Mosel auf unsere Burg eine Zollmur. Kommen wir mal, Jungs, die standen unten an der Mosel, warteten auf Schiffe. Wenn sie ein Schiff sahen, haben sie ein Seil oder eine Kette über der Mosel gezogen und das Schiff musste Geld, Zoll bezahlen. Die Leute waren clever. Zu dem Balkon. Der ist jetzt freischwebend. Also hier ist nichts drunter. Es ist nur für fünf Personen erlaubt. Und tschüss. So testen wir. Wir gehen lieber weiter. Kommen Sie. Wir gehen lieber weiter. Kommen Sie.